Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Agudim mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed Odyssey und heute geht es um das Set des Agamemnon, ja ihr seht das hier schon im Bild eingeblendet momentan, das trage ich hier aktuell, Optik, wir gucken nochmal von weiter weg, sieht nicht schlecht aus, finde ich. Es ist ein ziemlich gutes Kriegerset, ziemlich gut, muss ich extra einschränkend sagen, es ist in meinen Augen nicht das Beste, aber es ist ein wirklich gutes Set und wenn wir das tragen, haben wir auch goldene Füße, na, das ist doch schon mal ein Vorteil, aber auch ansonsten hier so diese Schakale oder sowas, das hier sind auf den Armschienen, der Kopf da oben auf dem Schulterschutz plus Kampfszenen hier vorne auf der Brust, sieht schon gut aus, ja und die Rüstung sieht auch stark gebraucht aus, denn ich habe das Ding gerne getragen, wirklich, ich habe diese Rüstung wahnsinnig lange getragen, ganz einfach, weil der Setbonus ist 50% Brandschaden, 50% Brandschaden obendrauf über das, was man sowieso schon macht und ich bin jemand, der, ja, eigentlich nie ohne brennendes Schwert aus dem Hause geht, es wird ja auch irgendwann mal kalt draußen und dann hilft das auf alle Fälle, die Gegner zu Brathähnchen zu verarbeiten, fand ich auch super so, und dementsprechend hat mir dieses Set hier wirklich sehr geholfen, war wirklich ein ganz, ganz tolles Gerät, und was kann es denn nun? Jetzt haben wir genug davon geredet, was es, wie es aussieht, jetzt gucken wir mal, was kann es, schauen wir mal rein hier rüber ins Inventar, dann sehen wir hier, der Helm, 15% Kriegerschaden, 20% Feuerschaden, die Handschuhe, 25% Brandeffektivität, plus 15% Kriegerschaden, 15%, 15% Kriegerschaden, plus Sekunden Branddauer, also, der Gegner brennt auch noch länger, und nochmal 5 Sekunden Branddauer, und nochmal 20% Feuerschaden, also, wie gesagt, das Ding ist zum Abfackeln von Leuten gedacht, und damit macht das einen riesen, riesen Spaß, also wirklich ein cooles Set, macht mir wirklich ganz, ganz viel Freude, und, oder hat's gemacht, ich trage jetzt momentan was anderes, aber auf alle Fälle, wirklich schön, so, wirklich schön, hilft euch jetzt noch nicht so viel, ihr wollt ja auch wissen, wie kommt ihr denn ran an das Ding? Ja, wie bei den meisten Sets ist auch hier die Formel Kultisten, ja, es kommt von den Kultisten zum größten Teil, zum größten Teil, nicht komplett, und zwar von den Kultisten der Silberader, also die Silberader, Dieter Zweig droppt, oder halt, ja genau, lässt diese Gegenstände für euch feilen, Nummer 1, müsst ihr euch keine Sorgen drum machen, Nummer 1, tötet ihr in der Story automatisch. Dann hier Level 46, der Kentower, der sollte auch kein Problem sein, solltet ihr von vornherein freigeschaltet haben, und könnt ihr dann hier ganz normal über das Journal, oder halt, besser gesagt, hier über die Funktion, auf der Karte nachverfolgen, wo sich der Junge ganz genau herumtreibt, also, auch keine Arbeit, einfach hingehen, umhauen, glücklich sein, looten, und fertig ist. Ebenso die Chimera, auch die Chimera solltet ihr von vornherein enthüllen können, und dann dementsprechend einfach auf der Karte her downtracken, nenne ich es jetzt einfach mal, also einfach über die Karte jagen, und dann umhauen, auch das ist kein großes Problem. Dann haben wir noch den Silbergreif, den solltet ihr eigentlich auch relativ easy bekommen können, auch wenn ihr ihn noch nicht, ja, entdeckt habt, ist der nicht schwer zu finden, der Junge, weil der treibt sich nämlich hier auf einer kleinen Insel rum, und zwar hier auf Mykonos ist der zu finden, und zwar hier so in der unteren Ecke. Dort solltet ihr den auf alle Fälle haben, und zwar ganz genau eigentlich hier so, solltet ihr ihn vorfinden. Ansonsten habt ihr vielleicht auch schon den Hinweis bekommen von irgendjemandem drauf, aber halt auf Mykonos, hier unten in der Ecke, ist der junge Mann zu finden, der Kultist, der junge Mann, der Kultist, Mensch, und damit kommen wir zum nächsten, Mark Hauen, der Gefürchtete, der ist ein bisschen schwerer, da solltet ihr Hinweise bekommen, Hinweise haben, aber auch da zeige ich euch natürlich auf der Karte, wo ihr die bekommt, und wo ihr ihn findet, und das Schöne ist, ich habe das gerade vor dem Video mir schon angeschaut, da hat irgendjemand genau an der Stelle ein Screenshot gemacht, oder ein Foto gemacht, was ich natürlich wirklich gut finde, weil wir müssen dazu nämlich hier hoch nach Aschaya, und dort finden wir, hier, dort wo der Screenshot ist, hier steht gerade ein Alexis herum, das ist eine fast perfekte Stelle, hier auf den Felsen liegen teilweise tote Menschen, tote Menschen, und diese toten Menschen könnt ihr looten, und ihr bekommt ja auch dann die Meldung, natürlich auf dem Screen, Kultistenhinweis in der Nähe, dann lootet ihr einfach den Körper, der da rumliegt, oder die zwei, die da rumliegen, und dann solltet ihr den Kultistenhinweis haben. Ansonsten, wie gesagt, man kann ja auch Kultisten einfach so umhauen, aber das ist immer nicht so einfach, den Kultisten selber findet ihr hier in der Nähe der Bootsanlegestelle. Der sollte also auch, besser gesagt, hier in der Nähe der Werft sein, also sich hier in diesem Raum, aber der rennt halt durch die Gegend, der rennt halt durch die Gegend, der steht da nicht nur einfach an der Stelle dumm rum, sondern der rennt hier so durch die Gegend, dort ist er zu finden, und dort ist, wie gesagt, der Hinweis zu finden, genau hier, wo das kleine Bildschirmfoto hier gemacht wurde, von Kassai929, danke dafür an dieser Stelle von mir. Und damit fehlt euch dann noch einer, zum Glück, oder besser gesagt, einer von den Kultisten, und zwar hier Polemon der Weise, und den könnt ihr auch ganz leicht finden, das ist überhaupt kein Problem, und zwar gibt es den auch in Aschaya, und zwar, einmal gehen wir runter, und hier ist eine große Festung, dort, in dieser Festung, da treibt er sich rum, und da bekommt ihr also hier von ihm das Teil der Rüstung, so dass euch jetzt nur noch die Handschuhe fehlen, und die Handschuhe wiederum, die bekommt ihr ganz, ganz einfach aus einer legendären Truhe, wir schauen hier mal kurz, und zwar hier in Attica, da findet ihr eine Silbermine, Silbermine seht ihr hier schon, und statt geplündert 1 von 2, einen haben wir noch übergelassen, und zwar ganz am anderen Ende der Mine, oder besser gesagt, ganz am Ende der Mine, und dann auch noch weit oben droben versteckt, so nenne ich es einfach mal, oben droben versteckt, gibt es die letzte Truhe, oder besser gesagt, eure letztes Rüstungsset, das könnt ihr euch also auch dementsprechend schon eher holen, bevor ihr 50 seid, ihr habt ja gesehen, einige von den kultisten Gegnern waren 50, also da muss man schon, ja sag ich mal, ein bisschen was reißen, um die umzuhauen, das Set ist maximal, was war das gerade gewesen, 47, 46, also mehr ist nicht drin, also das bedeutet, ich würde dann halt an eurer Stelle auch halt erst im höheren Level hier hingehen, und die Handschuhe mir holen, damit die halt schon den entsprechenden Level für euch haben, und ihr halt nicht erst noch wieder teuer upgraden müsst, aber Level 47 ist Maximum, ihr braucht nicht bis 50 warten, dass das Set dann 50 ist, 47 ist Maximum, gut hier, der Charakter ist 31, deswegen kam da nicht mehr bei rum, aber 47 ist Maximum, und dann gehört das komplette Set euch, das war alles in dem Sinne, ja, ich hoffe euch mit dem Video geholfen zu haben, hat es euch gefallen, lasst den Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht eh schon getan habt, weil dann verpasst ihr hier einfach nichts Neues mehr, und ich würde vorschlagen, oder hoffe besser gesagt, wir sehen uns wieder im nächsten Video, und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Bis zum nächsten Mal.